Tee, Kaffee, Mord, Folge 13, Miss Rittinghouse und die sprechenden Bücher von Alan Barksday. Es liest Vera Telz. Prolog, in dem ein Entschluss ein wenig zu spät gefasst wird. Sebastian, der den offiziellen Titel Earl of Halliwell trug, lehnte sich in dem schweren, dunklen Ledersessel zurück. Dann hielt er sich mit einer Hand an der Kante der Tischplatte fest und zog, bis der Sessel sich nach rechts drehte, damit er problemlos aufstehen konnte. Problemlos für einen Mann, der seit einer Woche 101 Jahre alt ist, kommentierte er seinen Gedankengang spöttisch und schüttelte den nahezu kahlen Kopf, wenn man von den Überresten eines schneeweißen Haarkranzes absah. Es war schon gut, dass sein Butler Joseph den Sessel regelmäßig öhlte, auf dem schon Sebastians Vater und Großvater gesessen und gearbeitet hatten. Sonst wäre er mit den wenigen ihm noch verbliebenen Kräften kaum in der Lage gewesen, das schwere Monstrum zu bewegen. Das Gewicht war aber der einzige Nachteil, denn so bequem wie in diesem Sessel konnte der Earl nirgends im Haus sitzen. Regelmäßige Pflege war auch beim Leder von Sitz- und Rückenlehne das A und O. Es fühlte sich wunderbar geschmeidig an. Er stützte sich mit einer Hand auf der Tischplatte ab, mit der anderen auf seinem Stock, den er nie aus den Augen ließ. Dann erhob er sich und machte sich auf den Weg zu einer bestimmten Vitrine. Decke und Wände seines Arbeitszimmers waren ganz mit dunklem Holz vertefelt und mochten auf manchen Betrachter erdrückend wirken. Der ausladende Schreibtisch mit den vier Tigerpranken anstelle von üblichen Tischbeinen und mit exotischen Schnitzereien an allen Außenflächen hatte sogar etwas Bedrohliches an sich, weil er den Eindruck einer lauernden Bestie vermittelte, die jeden Moment zum Sprung ansetzen konnte. Sein eigener Sessel thronte ein Stück über den beiden, die vor dem Schreibtisch standen, damit er sie immer ein wenig überragte und jeder Besucher zu Sebastian aufblicken musste. Damit aber nicht genug, denn diese beiden anderen Sessel waren genauso wuchtig wie sein eigener, was dem Gast das Gefühl gab, klein und unbedeutend zu sein, weil er sich in diesem Sitzmöbel buchstäblich verloren vorkommen musste. Es waren subtile Tricks, doch sie hatten sich schon vor langer Zeit bewährt und sie würden das auch noch lange tun. Mit kleinen Schritten bewegte sich der Earl über den weichen Perser-Teppich vorwärts, der sich, wenn man barfuß ging, so anfühlte, als wäre man auf lockerem Sand unterwegs. Dabei stützte Sebastian sich jedes Mal auf seinem Stock ab. Er ging bis zur zweiten Vitrine, die eigentlich so etwas wie ein Tisch mit einer Glasplatte und einem zweiten Boden war. Sebastian war sich nicht sicher, ob dieses Ding tatsächlich eine Vitrine war oder ob die richtige Bezeichnung womöglich ganz anders lautete, aber letztlich war es ihm auch egal. »Ich bin 101 geworden, ohne das jemals gewusst zu haben,« redete er vor sich hin. »Dann muss mich das jetzt auch nicht mehr kümmern.« Er betrachtete die Auszeichnungen, die Ehrenabzeichen, die Orden in dieser, nein, in seiner Vitrine. Diese Dinge waren ein Teil von dem, was er heute war und was er schon seit langer Zeit war. Doch nun war die Zeit gekommen, etwas zu verändern. Etwas sehr Gravierendes. Jahr um Jahr hatte er es vor sich hergeschoben, weil er es sich und seiner Familie noch eine Weile hatte ersparen wollen. Dass er die Wahrheit ans Licht bringen musste, war ihm schon lange klar, weil er seit einer Ewigkeit mit seinem Gewissen haderte. Nicht etwa, weil es für ihn nichts Wichtigeres gab als die Wahrheit. Vielmehr, weil er selbst reinen Tisch machen wollte, solange er dazu noch in der Lage war. Wenn irgendwer nach seinem Tod anfing nachzuforschen und alte Dokumente zu sichten, würde er vermutlich früher oder später auf die Wahrheit stoßen. Eine Wahrheit, die von Sebastians Familie geleugnet werden würde, selbst wenn ihnen die Beweise schwarz auf weiß vorgelegt würden. Nicht etwa, weil sie es bloß nicht wahrhaben wollte, sondern weil es so absurd klingen würde, dass nicht einmal er selbst es glauben könnte, wäre er nicht dabei gewesen. Er wurde aus seinen düsteren Gedanken gerissen, als jemand an die Tür zum Arbeitszimmer klopfte. »Ja?« rief er. Dann wurde die Tür geöffnet. Sebastien kniff die Augen zusammen, um den Besucher erkennen zu können. Seine Brille lag auf dem Schreibtisch, und so konnte er nur erahnen, wer den Raum betreten hatte. »Joseph?« Nein, sein Butler konnte es nicht sein, der hatte heute seinen freien Tag und kam erst gegen 18 Uhr zurück. Jetzt war es 13 Uhr, wie ihm ein Blick auf seine Armbanduhr verriet. Wieder kniff er die Augen zusammen, aber der Besucher stand noch an der Tür und war damit zu weit entfernt, um ihn deutlich zu sehen. Sebastien konnte sich nicht mal sicher sein, ob es sich um einen Mann handelte oder um eine Frau. »Wer sind Sie?« »Was wollen Sie von mir?« »Wie sind Sie ins Haus gekommen?« fragte der Earl of Halliwell ein wenig verärgert, weil sein Gegenüber es offenbar nicht für nötig hielt, sich zu erkennen zu geben. Er überlegte, ob er zum Schreibtisch zurückkehren sollte, wo seine Brille lag, doch dann hätte er der oder dem Fremden zu lange den Rücken zudrehen müssen. Zugegeben, er war auch nicht in der Lage, sich gegen einen Angreifer zur Wehr zu setzen, wenn der von vorn auf ihn zukam, aber vielleicht fiel es diesem ja leichter, wenn er sein Opfer hinterrücks niederschlagen konnte. »Ich warte!«, knurrte der Earl seinen Besucher an. »Wir müssen uns unterhalten!«, lautete die Antwort. Erstes Kapitel Natalie atmete erleichtert auf, als gegen halb elf am Abend auch noch der letzte Gast der Hochzeitsgesellschaft das Black Feather verlassen hatte. Sie war froh darüber, dass am Ende doch noch alles gut ausgegangen war. Dabei hatte sich praktisch der ganze Tag als eine viel zu ausgiebige Übung in Sachen Improvisation erwiesen. So war ursprünglich vorgesehen gewesen, dass die Hochzeitsgesellschaft zunächst zum Frühstücksbuffet im Café zusammenkommen sollte, allerdings waren aus den ursprünglich angekündigten 40 Gästen über Nacht fast 90 geworden, da die Familie des aus Italien stammenden Bräutigams beschlossen hatte, ihm eine besondere Überraschung zu bereiten und ohne jede Ankündigung zur Hochzeit zu erscheinen. Natalie hatte sich nichts dabei gedacht, als um kurz vor sieben am Morgen ein Reisebus auf den Parkplatz vor dem Pub einbog. Schließlich war damit zu rechnen gewesen, dass sie den Tag über immer wieder mit Hinweis auf eine geschlossene Gesellschaft Gäste würde abweisen müssen. Als eine Großfamilie aus dem aus Italien kommenden Bus gequollen war, die von kleinen Kindern bis hin zu Greisen alles aufzubieten hatte, ahnte Natalie bereits, dass das kein normaler Reisebus war. Zum Glück hatte sie ihren Bäcker, der das Blackfeather mit allen Backwaren belieferte, noch erreichen und dazu überreden können, ihr sämtliche Croissants zu überlassen, die er aufbieten konnte. Als das Paar um 9 Uhr mit den eigentlich angekündigten Gästen eintraf, herrschte ein unglaublicher Trubel, da jeder mit jedem bekannt gemacht werden wollte und die Verwandtschaft des Bräutigams darauf bestand, jeden der übrigen Gäste mit einer innigen Umarmung und mit Küsschen links und Küsschen rechts zu begrüßen. Das alles nahm so viel Zeit in Anspruch, dass lediglich die Brautgelegenheit fand, ein Croissant mit Marmelade zu essen, weil sie nicht nüchtern vor den Altar treten wollte. Bei meinem Glück fängt sonst nämlich mein Magen zwei Sekunden vor dem Ja-Wort so laut zu knurren an, dass man es auch noch in der letzten Bank hört, hatte sie zu Natalie gesagt. Die hatte verständnisvoll genickt und schmunzelnd erwidert, das ist dann der Augenblick, in dem man die fantastische Akustik einer Kirche zu hassen lernt. Am kurz vor elf machte sich der Tross aus etlichen Limousinen und dem Reisebus auf den Weg zur Kirche, allerdings mit einer komplett überarbeiteten Sitzordnung, da die Eltern des Bräutigams sowie einige andere Verwandte luxuriöser zur Kirche befördert werden sollten. Während sich die anderen Gäste einen Platz in den Fahrzeugen suchten, kam die beste Freundin der Braut zu Natalie und erklärte fast beiläufig, Ach, Miss Ames, ich wollte mich im Namen von Holly und Fabio noch bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie das Menü so kurzfristig auf strikt vegetarisch umgestellt haben. Das wird viele überzeugte Fleischesser aus unseren Reihen hoffentlich davon überzeugen, dass man sich auch fleischlos ernähren kann, ohne auf Genuss zu verzichten. Strikt vegetarisch? wiederholte Natalie und fühlte sich wie vor den Kopf geschlagen. Ähm, wann hat Holly darum gebeten? Vor ungefähr zwei Wochen. Ich habe das für Sie erledigt und Ihnen eine Mail geschickt. Natalie starrte sie unglaublich an. Eine Mail geschickt? Ich habe keine Mail mit diesem Inhalt bekommen. Nicht? Davon war ich aber ausgegangen. Ich hätte Ihnen doch geantwortet, ob ich das Menü noch umstellen kann oder nicht, hielt Natalie dagegen, die sich zwingen musste, die Ruhe zu bewahren. Warum? fragte die junge Frau, die etwas naiv zu sein schien. Ich hatte Ihnen doch geschrieben, dass Sie bitte Bescheid geben, wenn es Probleme mit dem Änderungswunsch gibt. Naja, und da ich nichts mehr von Ihnen gehört hatte, dachte ich, ja, das ist mir schon klar. unterbrach Natalie die Angelegenheit. Vielen Dank. Vielen Dank.